hallo doch ich glaub daran ich glaub daran was du glaubst du mich ja ne glaube ich nicht doch mann das nicht überspringen das hat so nicht überspringen ich sagte spring doch nicht rüber mein kleiner sind deine mutter spielt dieses level doch einfach mal genau da trifft man den letzten wieder nicht grünes bild bei dir bitte nicht bildverpackt ich dachte schon ja deine mutter mutter das ist so scheiß auf eis stück scheiße geschafft ich glaube es nicht und ich krieg da kann erleben in diesem level das bild ist verpackt sie den hintergrund alles nur blau also nur der himmel video abgebild aufgesetzt das absetzen auch naja so ist das level bestimmt auch schön komisch das war ja knapp hallo die dinge sind eh nur zum testen da jetzt das jetzt einfach schießen 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 tot als maul dachte ich mir ich habe jetzt gedacht so weißt du bist du mal sozial und schaffst sie ist level man es bis an uns ja so zahlreich da so zähle stimmt da hat die man dieses schätzle winne ja deine mutter weißt du wirklich nur der böse der fischer und auch noch böse ja findest du natürlich steigt das wasser wieder ist klar geht dir in echtem leben auch so ne das ist so wenn du dieses nicht drauf hast dieses kack ding ne dieses rutschen da hast du so ne arschkarte war hier nicht was du bist so ne fotze fach muss da irgendwas sein oh stern du da hab ich gar keinen bock drauf ja ist klar leben nein jetzt legt das nächstes das spiel wird langsamer achi 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 Du ich mag das level gar nicht achi achi du bist so ein fagget war ich nicht doch wenn man sagt war ich nicht dann macht vielleicht das das war die pro hat dach kommen mal akka wer der typ nicht akku geworden der wien hinten geboxt scheiße kackt die wand an diese lügerei macht man nicht mal und ich wollte ein tonki stützt feierab ich will weitermachen hey geschafft wie weit du jetzt kommt muss oben drücken hält sie nicht automatisch fest also wir zeichnen aber bei der omi speichern jetzt eigentlich noch mal bei der omi speichern damit du vielleicht nicht das rennlevel machen muss ich kann doch nicht immer zu omi zurück klar da kannst du immer zu omi zurück nein du musst doch nur zwei münzen zahlen ich hab hier doch kein flieger am meister oma ist unten in dem level ist sie als zweites dran da ist sie doch ist recht so fertig gibt es ja keine münzen wir heißen text zum lesen zentus hat keine münzen ja alles fläschte nicht ne warum das war ja jetzt echt schlau da hast du recht dass das schlau war ja du bist b hinter hat immer weiter immer weiter immer weiter ich finde doch schön ich gebe eben fix auch mal ich gebe im sprecher mann ich brauche ich gar nicht trotzdem machen können obwohl doch du bist so behindert aber eins von sie wünschen ja fick dich bei mir ist das bild bei dem bm ist dieser bildschirm gerade grün gewesen ja ich weiß was ich drücken muss 50% hast du also dass der erste die schrift haben gelesen aber dieser hintergrund dieser brauner hintergrund muss nicht immer auf dem hintergrund scheißen jetzt hat er es geschafft nicht wenn der akubo da hinten ist es war nicht so behindert wie eben was ehrlich ich habe mich gewundert wo das war weiter cheater akubo ja ich habe mich gefragt wo das fass ist denn 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 warum aber nur so Ich habe Lust, ob das zu sagen zu dir. Gettenklettern. Fuck. 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 Was denn? Fuck. Ich bin auch noch von da rein. Oh Mann ey. Ja. Aus deinem Grund bin ich gerade vorhin konzentriert. Weil ich glaube, ich Level schaffe und du gerade nicht. Nein. Ja. Da merkt man schon, ne? Nö. Nö? Ich bin konzentriert. Nee, bei mir meine ich. Deine Mutter. Du bist so behindert, ne? Wow, game over. Nein, ich habe nicht gespeichert. Ja. Nein. Doch, ich habe gespeichert. Und Spaß dir. Und Spaß dir, dein Fon. Alter. 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 Ich habe da gar nicht dran gedacht, dass ich da doch gespeichert habe. Den schaffst du ja nicht ohne den normalen Sprung. Du musst diesen Drehschwung machen. Ich habe einen Halt doch gedrückt. Nein, du musst diesen Drehschwung machen. Halt das Maul. Oder? Warum hat er da gespeichert? Da der Asi. Das ist doch schön. Du bist wieder weiter zurück und ich hätte mehr Leben. So meine ich das jetzt. Achso, ach nee, ich meine es das K. Abstürzen. Ne. Bananas und Pijamas. Warum nicht ich denn jetzt? Warum wohl? Bananen? Spreiz deine Beine. Du Schwein. War doch da. Hab ich gar nicht dran. Dipp tipp 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 tipp. Egal für behinderte. Warum kommt das so? Seit wann kommt sowas zurück? Willst du die Bananen nicht holen? Auch behinderte, oder? Ne, warum? Weil da Bananen waren. die seite nehme ich nicht ich nehm die vollfrusten das hat den vorteil kannst du dir deine seite ausrühren wo du bock hast der partei ist wenn du sterben sollst und vor allem kannst du doch mit game over kaufen wird der egespräch etwas sehen doch gleich game over gehen wenn ich möchte das hat so gespeichert nämlich bei der oma weißt du nicht die armen biene jetzt so leben lassen können doch sollte ich nach jakis darum solltest du das war denn hier nochmal dann nämlich das hier jetzt hochklettern doch weiß gar nicht was das andere war habe ich bei funk im stream gesehen die anderen waren ja genau die papagei die papagei kreise in die bienen kommen jetzt die papagei jetzt treffen das ein und ja wohl falsche seit eben das war auch von mies guck mal das leben bekommen muss auch reden nee kann mich grad nicht da kannst du reden nein drück doch nicht kurze sprünge deine mutter ey warum kurze sprünge warum ich bin doch fast oben